Nein, voll daneben. Stopp' mir, Leute! Jimmy ist ein Dreck! Was ist dein Problem, Mann? Ich werde dich weibeln! Was machst du zu unserem Wippin-Boi? Keiner schlägt sich den Mascot, als die Jocks! Ich werde dich schlafen! Oh oh! Oh oh! Boah! Volle Mühe getroffen! Hallo, ich war umsonst nicht beim Marineboxer. Ich will dich töten! Nicht umsonst so eine Waffe in Hand. Hier, ein paar Murmeln. Hier ist ein Erfeuer weg. Na komm schon. Alter. Ach hier, frisst das. Voll in die Klöten. Soll ich so Waffen habe, mein Freund? Weil ich damit umgehen kann. Stinkbomben. Eierparade. Achso, du wolltest frech werden hier. Kannst frech werden? Voll ausgenockt. Na komm, das war jetzt so einfach hier. In my head. Ich habe das Bullen-Outfit. So lange. Okay. Ist ja auch nicht so schlimm. So, was gibt's denn jetzt hier für Quest? Äh, Diskretion ist alles. Okay. Oh, Mandy. Hi. Hi. I know, it's funny. I'm the girl in the dirty pictures. Haha. What are you talking about? Don't pretend you don't know. Everybody knows. Knows what? There's posters of me all over town. Oh, those. Now everyone thinks I'm a slut. Great, my parents will be so proud. I'll probably get expelled. Look, it could be worse. How? How exactly could it be worse? I mean, sure, I've been a bitch at times, been nasty, but I don't deserve this. My life is over. I mean, I've always wanted to be a model, but not like this. Everybody's laughing at me. I can't bear it. Everybody's always laughing at me. Well, maybe you're not as insecure as I am, okay? I just wanted to be popular. Now everybody hates me. Well, I guess I deserve it. I'll tell you what, you wait here. I'll get rid of those posters for you, or at least cover them up. Would you? I do it myself, but I can't deal with it. I'm really losing it here. Just hang in there. Weir. Wie zum Henker. Können die Arschgeigen mich jetzt sehen, dass ich das bin? Ich bin doch nur ein Bulle. Und da vorne noch eins, da sind bestimmt die Streber jetzt, ne? Oh, was ist das denn eigentlich für ein schönes Bild? Ach so. Ja. Nochmal zwei da. Guck mal alles hin. Na ja, ist gut. Zwei von vier werden bestimmt mehr sein. Muss ich gleich noch ein bisschen was holen. Ich glaube, ich habe nichts mehr. Habe ich alles bei den Bullen verbraucht? Hätte ich sowieso. Ich weiß gar nicht, woher ich die vier habe. Jetzt habe ich ein Fahrrad hier. Ach da. Danke. Du kriegst doch gleich wieder. Dein schickes Damenfahrrad. So. Hier vorne ist eins. Und da in der Mitte ist eins. Ich glaube, wir holen uns das erstmal. Ich glaube, in jeder Stadt ist sowas. Da da. 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 Ohne. Ohne Witz. Ich war doch gerade bei der Polizei da vorne. Schachtelpralinen. Schachtelpralinen. Ja, das ist nicht wahr. Ich könnte doch schon wieder einen Anfall kriegen. Warum müssen die die Dinger überkleben? Meine Fresse, Alter. Ja. So schnell könnt ihr die Dinger gar nicht überkleben. Ach, Gär. Hallo. Jetzt war ohne Witz. Kann ja nicht möglich sein, dass er das... So, jetzt überklebt er gleich noch eins. Oh nein. Er ist in Tränen. Komm, Jungs, ey. 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 Nein. Verdammter Mist. Ey. 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 Komm, Polizei. Lass mich doch mal für einen Moment in Ruhe. Danke. Danke. Danke.